Ja, einen wunderschönen guten Abend auf MaverickTV, meine Freunde, zu einem neuen Unboxing-Video. Ja, lange Zeit ist es her, seitdem es das letzte Unboxing-Video gab, aber die Reihe wird ja nie aufhören, solange Maverick Berlin die Luft am Ausatmen ist und auch am Einatmen. Also, in diesem Sinne, meine Freunde, das gute Stückchen von heute, hier haben wir schon mal das gute, gute, gute Stückchen von heute. Monte Snack. Die 8. Zot Monte Snack-Packung. Wie bin ich darauf gekommen? Ich saß bei Mobady Love zu Hause, obwohl wir waren unterwegs und da hat er zu mir gesagt, Ey, Maverick, Alter, es gibt so Monte Snack-Schnitten, die schmecken überkrass. Ja, und dann sind wir zu ihm gegangen, hat er mir eine zum Probieren gegeben und ich war sofort begeistert. Und ich wollte schon an diesem Tag dieses Unboxing machen, aber da Mova, die bei Rewe einkauft immer, und bei Kaisers, und ich die Konkurrenz nicht unterstütze, da wollte ich die Monte Snack-Schnitte nicht in deren Laden kaufen, also nicht in diesen Läden bei Mo in Steglitz, und dachte, wenn ich bei mir bin, sofort zu Kaufland und dann erstmal Zot Monte Snack. Der Preis ist etwas teuer, muss man sagen. 1,99 Euro, 8 Stück. Also, nicht für jedermanns Tasche, wie ich so schön sage, aber es lohnt sich. Die, die es sich nicht leisten können, spart 50 Cent pro Woche und dann gönnt euch einmal pro Monat diese Monte Snack-Schnitten. So, meine Freunde, zu viel geredet jetzt, so viel habe ich ja noch nie geredet. Jetzt wollen wir uns erstmal die Packung angucken, meine ich. Acht Stück ist überall drauf, das ist international, versteht jeder die acht, außer wohl in China. Und dann haben wir hier so ein kleines Hochhebefenster. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Und hier, seht ihr das? Finger rein und man kann es hier so schön leicht, das ist schon so angeknabbert hier. Und mehr müsst ihr gar nicht machen, dann sind wir schon durch. Wir sind bei den Schnitten angekommen. Wie ihr sehen könnt, sind acht aneinandergereihte Monte Snack-Schnitten in dieser unglaublichen, fantastischen Box. Das ist also, diese Box ist sicherlich günstiger und um einiges besser als manche Boxen der Rapper. So, und dann gucken wir uns jetzt mal so eine Schnitte im Einzelnen an. Erstmal machen wir mal einen kurzen Zoom. Oh, ich bin schon blind. So, meine Freunde. Also etwas kleiner als die Milchschnitte, aber darum auch dicker, ja. Und so sieht es aus. Also die Schokoladenfüllung ist hier dieser indische Punkt. Und an den Seiten haben wir wie bei der Milchschnitte diese Sahnefüllung, die weiße. Gedeckt mit zwei von diesen Untergrundschokoplatten. Jetzt beißen wir mal rein. Unfassbar. Am Anfang etwas stärker, aber dann vermischt sich der indische Schokopunktgeschmack mit den weißen Außenwänden. Den Sahneaußenwänden. Und ich muss sagen, unfassbar. Selten, dass ich einen ganzen Artikel in einer Folge bis zum Schluss aufesse, aber einfach traumhaft. Brüder und Schwestern, gönnt euch Monte Snack. Ich habe jetzt gerade hier nachgeschaut. Die haben uns nicht verarscht. Acht Stück sind drin. Ganz leicht zu öffnen. Super Produkt. Zottmonte Snack schnitten. Nuss, Schoko. In diesem Sinne, meine Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Unboxing-Video. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, meine Freunde. In diesem Sinne, euer Maverick. Peace out.